Ich bin jetzt gerade hier in der Residenz in Eichstätt und da findet gerade die Begrüßung der neuen internationalen Studenten statt. Ich höre mich jetzt einfach mal um, wo die herkommen, was die studieren und warum sie sich für die KU entschieden haben. Hi everyone! I'm from Brazil, Minas Gerais. Ich komme aus Polen. Wir kommen aus Frankreich, beide. I'm from Taiwan. I'm from England. I come from France. Ich komme aus Slowakei und ich studiere Englisch und Deutsch auf Lehramt. I study German here. I study Psychology. I'm here studying International Relations. Politikwissenschaft. Wir machen einen Doppelstudiengang zwischen Frankreich und Deutschland. Hier studiere ich Politikwissenschaften. I did my Erasmus here. Und ich war schon in Eichstätt und es hat mir hier sehr gefallen. And I loved it so much that I came back to start my Masters here. Ich freue mich, dass ich quasi gewählt wurde, um hier zu kommen, weil KU gilt auch als eine hochangesehene Institution. Ich fühle mich hier schon wohl und bin zu Hause und ich mag einfach die Stadt. Es ist sehr, sehr schön hier, auch im Herbst. It feels like a very big family and it's very welcoming and I love the university. You know, Bavaria is an awesome place. Die Kommilitonen sind hier sehr, sehr freundlicher. I hope that I will make a lot of friends. To build strong relationships. Enjoy what Bavaria has to offer for me. To speak perfectly German. I like it.